Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Günstiger Wohnraum mit Vermietungskriterien in Bern Die Stadt Bern vermietet Wohnungen. Einige Wohnungen sind besonders günstig. In diesem Video erhalten Sie Informationen zum Thema günstiger Wohnraum mit Vermietungskriterien. Sie erfahren die Antworten auf folgende Fragen. Die meisten Wohnungen haben ein, zwei oder drei Zimmer. Es gibt auch Wohnungen mit vier, fünf oder sechs Zimmern. Die Wohnungen, die als günstiger Wohnraum mit Vermietungskriterien gelten, kosten so viel. Sechs Zimmer Wohnung, 1.500 Franken Miete Achtung! Erstens, die Nebenkosten kommen noch dazu. Zweitens, gewisse Wohnungen haben zusätzlich ein halbes Zimmer. Ein halbes Zimmer kostet 100 Franken mehr. Beispiel Eine Wohnung mit drei und einhalb Zimmern kostet 1000 Franken. Für wen sind die günstigen Wohnungen? Die günstigen Wohnungen sind für Menschen in Bern mit wenig Einkommen und wenig Vermögen. Interessieren Sie sich für eine günstige Wohnung? Dann müssen Sie zuerst überprüfen, ob Sie diese drei Kriterien erfüllen. Die drei Kriterien 1. In Bern wohnen und Steuern zahlen 2. Wenig Einkommen haben 3. Wenig Vermögen haben Was bedeuten diese Kriterien genau? In Bern wohnen und Steuern zahlen? Sie wohnen seit zwei Jahren in der Gemeinde Bern. Ausländer und Ausländerinnen müssen den Ausweis B, C oder F haben. Sie zahlen seit zwei Jahren in der Gemeinde Bern Steuern. Wenig Einkommen haben Sie verdienen nicht mehr als das maximale Einkommen auf unserer Liste. Wie berechnen Sie Ihr Einkommen? Zählen Sie zuerst alle Personen in Ihrem Haushalt, auch Kinder. Berechnen Sie dann das steuerbare Einkommen Ihres Haushalts. Sie finden das steuerbare Einkommen auf Ihrer Steuerveranlagung. Wenn Sie verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben, haben Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin eine gemeinsame Steuerveranlagung, auf der Sie das steuerbare Einkommen finden. Wenn Sie nicht verheiratet sind oder nicht in einer eingetragenen Partnerschaft leben, dann addieren Sie die steuerbaren Einkommen der erwachsenen Personen in Ihrem Haushalt. Vergleichen Sie jetzt das steuerbare Einkommen Ihres Haushalts mit der Liste, die Sie unter diesem Video finden. Haben Sie weniger Einkommen als auf der Liste oder genauso viel Einkommen wie auf der Liste, dann dürfen Sie eine günstige Wohnung beantragen. Beispiel Bei Familie Oggi arbeiten Frau und Herr Oggi. Das steuerbare Einkommen der beiden ist 30.000 Franken. Das ist weniger als das maximale Einkommen, 33.000 Franken, das auf der Liste bei zwei Personen aufgeführt wird. Familie Oggi darf deshalb eine günstige Wohnung beantragen. Wenig Vermögen haben Sie dürfen nicht mehr als 30.000 Franken Vermögen haben. Ab zwei Personen dürfen maximal 60.000 Franken Vermögen bestehen, um die Kriterien zu erfüllen. Das Vermögen finden Sie auf Ihrer Steuererklärung. Wie gross darf die Wohnung sein? Bitte beachten Sie die Zimmerregel. Pro Person ein Zimmer plus ein Zimmer dazu. Beispiel Sie leben zu zweit. Zwei plus eins gleich drei Zimmer. Sie dürfen also eine Dreizimmerwohnung beantragen. Alleinerziehende und geschiedene Eltern? Lebt Ihr Kind nur teilweise bei Ihnen? Dann gilt die Zimmerregel auch für Sie. Sie müssen allerdings das Sorgerecht für Ihr Kind haben. Senden Sie uns die Sorgerechtsbescheinigung oder die Obhutsberechtigung oder eine Vereinbarung mit den Unterschriften beider Eltern. Wo finden Sie eine freie Wohnung? Sie finden eine Übersicht der freien Wohnungen im Link unter diesem Video. Die günstigen Wohnungen mit Vermietungskriterien sind in den Titeln der Angebote so gekennzeichnet. Sie können bei der Stadt Bern eine günstige Wohnung beantragen. Die Stadt Bern prüft dann, ob alle Kriterien erfüllt sind und alle benötigten Dokumente vorliegen. Die Anfrage zu konkreten Inseraten, die im Internet aufgeführt sind, erfolgt via Telefonnummer, die im Inserat aufgeführt ist. Und danach? Haben Sie eine günstige Wohnung erhalten? Sie müssen nun jedes Jahr einen Fragebogen ausfüllen. Die Stadt Bern prüft die drei Kriterien und die Zimmerregel jedes Jahr. Sie müssen auch jährlich eine Vollmacht unterzeichnen, die es der Stadt Bern erlaubt, das steuerbare Einkommen und Vermögen direkt bei der Steuerverwaltung abzufragen. Kontakt Haben Sie Fragen zu den Mietwohnungen? Immobilienstadt Bern hilft Ihnen weiter. Sie finden die Adresse, Telefonnummer, die Öffnungszeiten sowie ein Kontaktformular in der Box Zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Sie können uns auch per E-Mail kontaktieren. Immobilien-at-Bern.ch Untertitelung des ZDF, 2020